Musik Großmutter, hast du in deinen Schlafgeschichten auch so unheimliche Dinge gesehen? Nun ja, ich habe Dinge gesehen, die ich nicht so richtig erklären kann. Das heißt nicht, dass sie unheimlich sind. Ich habe auch wunderschöne Dinge gesehen. Von allem ein bisschen, weißt du? Und am Ende jeder Schlafgeschichte, beim Aufwachen, da hatte ich das Gefühl, was auch immer passiert, ich sollte unbedingt dabei sein. Ja, ich auch. Musik Großmutter, oh! Glaubst du, alle Langhälse haben dieses Gefühl? Werden sie alle dort sein? Wo immer wir auch hingehen? Ich denke schon, Littlefoot. Wir werden ja sehen. Aber was werden wir sehen, Großmutter? Wenn ich das wüsste. Aber es ist bestimmt etwas ganz Wundervolles. Musik 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 Oh, Wahnsinn. Was meinst du? Wie viele sind das jetzt, Großvater? Ich hab noch nie so viele. Was ist los, Großvater? Siehst du was? Hörst du was? Ist das ein Schafzahn? Ganz ruhig, Littlefoot. Zuwürdest du wohl. Aber natürlich. Lust auf einen kleinen Ausritt? Aber ja. Sei vorsichtig, Kleiner. Klettere bis ganz nach oben, Littlefoot. Und dann sag mir, was du siehst. Ich hab's fast geschafft, Großvater. Ich bin gleich oben. Und Littlefoot, was siehst du? Großvater, ich glaube, wir sind da.